willkommen und willkommen zurück hier bei losknackers welten bei star 3 geburg remastert ihr seht dort einige fragende gesichter die euch zweifelnd ansehen zweifelnd ob ihr dieses video eventuell schon geliked habt nein sieht es euch erstmal an ich möchte kein was aufzwingen in der letzten folge haben wir einen auf dem schiff herumstronenden burg geschnappt und ihnen ein kleines datending abgenommen wir müssen jetzt das ding irgendwie anschließen an einen computer ich weiß eigentlich noch nicht genau wo ich das machen soll wie am letzten folge ist euch gescannt aber ich habe da so eine idee rundes ding an rundes ding wie sieht es aus übrigens ein tipp das spiel ist komplett auf englisch schaltet die untertitel ein die ich dafür geschrieben habe die helfen euch vielleicht das beste verstehen auch wenn ihr das englischen mächtig seid ok genug geschwafelt legen wir los da macht das ding an dein köppchen das ist meine idee rund auf rund mein implant ich verstehe nicht inson-targis-implant works along the same basic principles as the borg circuit sie might be able to interface with und stoppt dann you can't possibly be suggesting that inson-targis be allowed to interface with the implant nobody is suggesting anything of the kind in truth captain interfacing with the implant would be somewhat like auto neural stimulation an experience which inson-targis is quite familiar with exactly the point captain inson-targis is neural implant is designed to counteract the side effects of that kind of neural stimulation experience this kind of neural input is does anybody mind if i join in on this discussion you're all talking about me as if i weren't here inson the long-term effects of in your recovery won't counselor the concept of long-term effects loses its meaning when the entire federation is in danger of obliteration i'm ready i think it would be best if the ensign were immobilized during this do it you could have waited till i sat down i could have but i didn't okay okay das war vielleicht durch die entscheidung i want sprint to do it whatever you have to go through targets will be there for you counselor i've already been through hill and back i don't think this could be any worse okay okay noch leben wir und sind und das schiff she's in agony you've never had to deal with pain shut up assimilation technology channels subspace channels the borg implant taking over systems communication with collective jam systems borg implant is getting its orders from the borg collective how do we jam the signals targets shield modulate mutations .6525 abnormal now do it modulating shield mutation the borg cube is scanning us what's happening with those shields mr furlong almost there sir they're firing they've stopped firing shield settings must be in sync with the borg scanners they sense us as being part of the collective yeah 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 alone we are resistances you will be assimilated the shield has put off the borg circuit from the borg collective we've got a disconnector ah johnny yeah one more cc of neuroblotten shall be a vegetable for life do you want to be responsible for turning ensign targus into a bolean zucchini archip ähm 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 äh kann ich das ding einfach abnehmen ich könnte ich Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich will sie nicht erschießen, natürlich. Ich will sie nicht einschläfern. Oder ich habe gerade nicht richtig Zugriff, was ich schon gesagt habe. Ist das einfach nur ein Schmerzmittel? Ich, äh, komm, ich riskiere es. Zugriff! Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Sie sahen, was ich mit Furlong getan habe. Aber dann wieder, Sie sind Bajani. Ich gebe Ihnen eine Chance, es zu denken. Das war meine Chance. Komm, ich versuch es nochmal. Okay, das war ein Fehler. Oh. Was? Bajani-Pain-Trance. Ich glaube, es ist ein Teil der Survival-Mechanismus. Quick-Thinking. Next time, they'll warn me. Well, you were out. We did a diagnostic on the computer systems. The Borg implant is continuing to rewrite code. I'm sending an away team over to the Borg cube to see if they can find anything that'll help us disable the implant. Targus and I are going, but we could use a third. I don't know if we'll get out of there alive. I won't order you to go, Lieutenant. Oh, we few, we happy few, we band of Borg. They're turning this into some heroic escapade, trying to make it impossible to turn down. I'll go. We don't need you, Quint. We need someone, we can trust. Just like old time, somebody. Three against the world. Coming? Für alle oder alle für einen oder so. Use your phaser. Each of ours has been retuned to a different frequency. Here, take this. I don't think we need an emergency med kit. If things get that bad, we're probably dead. There are many ways to die. Some of them are more painful than others. There's an emergency hypospray programmable for neuro-painkillers, just in case. You do know how to use it, don't you? We're coming alongside the Borg Cube. Good luck. Energize. Wollen wir nicht in das Borg-Raum gehen dafür? Was heißt wohl? Nein. Oh, hi. Was ist das hier im Bild die ganze Zeit? Allerdings machen alles schneller und besser. Das mag zwar ganz lustig aussehen, ne? Aber ich glaube, ich möchte nicht da selber um die Borg-Kühe rumlaufen. Wir können was machen. Ich würde sagen, solange sie uns... Das weiß ich noch aus allen möglichen Star-Trek-Series. Solange sie uns nicht als Gefahr ansehen, greifen sie uns nicht an. Das heißt, sie werden eventuell sterben, weil ich nicht angreifen werde. Ich warte einfach die Sequenz ab. Was schaust du, Cadet? Oh. Ein Cube-Borg wieder mal. Das war wohl richtig. Fisch. Äh, schick. Kann das jemand lesen? Grüne Nudeln. Überall. Pretty standard, Interface. Odd. Warum? Well, most of the Borg we've seen have direct Interface abilities. Why would they need something like this? You remember, they've already totally assimilated one Starfleet officer. Maybe this is his influence. Or maybe it's a trick. Somehow, I don't think the Borg understand the concept of trick. Okay, Security. You think you can bypass the Borg lockouts and get us the information we need? Natürlich. Ähm, gucken wir uns das Ding mal an. Äh, ja. Was ihr in der Ahnung habt, was das sein soll, schreibt es doch mal in die Kommentare. Äh, eins, zwei oder drei oder vier? Oder die da unten? Halt, nein. Ähm, die kann ich nicht anwählen. Das sind wirklich nur vier Knöpfe. Ähm, Publikumsjoker, den Umschlag oder aber... Tor drei. Und Tor zwei. Und Tor... Ich hab ja keine Rückmeldung, das stört. Sie haben adaptiert. Das war ein Wettbewerb falsch. Ähm, heißt das, wir sollen ein Borg werden? Hängen. Spren! Hold on, buddy. I need you conscious. Don't go into one of your pain trances yet. What is that? Something to counteract the Bajani adrenaline. It's working. Spren, I'm sorry about that. Aber du musst mit der Schmerz, wie der Rest unserer Humanitäts. Komm schon, wir müssen aus diesem Korridor raus, bevor mehr von ihnen kommen. Aber es wird gesprungen! Nachher, das ist ein Ordnung. Tolle Upgrades, aktiviert. High Five! Wo sind sie? Lass mal los Kumpel, ich muss suche hingehen. So, ciao, gute Jagd. Deeper Poop, ich bin kein Roboter. 1, 3, 3, 4, was? Oh nein! Das hätte ich mir merken sollen, ne? Verdammt! 1, schreib mir das mal. 1... 3... 3... 4... 2... 1... 3... 3... zwei zwei eins drei vier zwei 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 ist wichtig okay wo seid ihr meine freunde ich bin auf eurer seite ich könnte das den ganzen tag tun ich kann nichts machen aber prüge ich bin okay wir können das jetzt lesen wir wissen jetzt den code 13 34 22 wir machen dass sie vorher nur dass wir diesmal richtigen knopfe drücken ob das ist das was mein plan jetzt ich weiß wir kennen die sequenz aber ich finde das spannend wenn die ganzen staubs und sauber rüber anzusehen aus den wänden tragen pretty standard interface odd why well most of the work we've seen have direct interface abilities why would they need something like this remember they've already totally assimilated one starfleet officer maybe this is his influence or maybe it's a trick somehow i don't think the board understand the concept of trick okay security you think you can bypass the borg lockouts and get us the information we need uh gucken wir mal 1 3 3 4 2 2 da stand noch irgendwas was ich nicht lesen konnte misst das muss es. Kontakt mit einem Simulation-Implanten. Das muss eine Borg-Zequenz sein. Nein, ich denke, das ist ein Code für den Implanten. Wenn wir einen Weg finden, dass wir sicherlich mit dem Implanten mit dem Implanten finden, können wir uns diese Sequenz und dann in order to shut down. If it's anything like this terminal, it's going to look for a Borg signature. Damn, if we still had that dead Borg circuit, we could use that to convince the Implant we were Borg. That's not a bad idea, but the circuit was fried. So we'll get another one. There's no shortage of Borg around here. Get that circuit. Ah, ganz genau. Hang. Ah, das muss ich jetzt. Three to be mount directly to computer core control room. You'll be back. No, I'll just... The Borg-Implant has been overriding our systems since you left, but we still don't know what it's doing. It's rewriting all of our systems to make them compatible with Borg-Systems. I thought our shield setting cut its subspace channel off from the collective. It did, but it's following a pre-programmed set of instructions. We have to give it an abort order, but first we've got to convince it that we're Borg. How do we do that? We use this circuit as a buffer in the interface. It has an individual Borg designation. I remember from my experience with it, everything is filtered through that designation. A rocket to Captain Andropov. What is it, Counselor? Captain, the Borg cube has just started a series of random scans. They're looking for us. I don't know how long we have before they find out that we're not actually part of their cube. The interface looks pretty simple. Sprint! Attach the circuit to the Borg implant. No. Let me. Maybe I should do it. Maybe I should do it. Maybe I should do it. I don't understand. They're interfacing and exchanging protocols. Try giving it a command. Unable to comply. Updating systems information. It's trying to catch up on what it missed. Unable to comply. Borg designee Alpha Cent Alpha of four is no longer a functioning unit. Disengage that circuit now. Ah, I understand. Information assimilated. Retuning shields. Shield mutation is being altered. The implant has reestablished communication with the Borg collective. Bridge! Evasive maneuvers now! The shields are dropping. The only good Borg. We needed a live one. The harezy. Haha, kabooms. Okay, we're done. 61330. We needed a live one. That's the problem. Ide. I don't even know whether we have to do that. We got a Hypo Spray. Äh. Das sind vielleicht auch Borgs. Mysteriös. Ähm, nein, was ich meine, war, äh, das Ding meinte ich. Ähm, wir, das war auch das, was, äh, Vater uns hier, glaube ich, gegeben hat, als wir, oder was ist das? Ähm, wir müssen damit was machen. Und das werden wir auch tun. Wir werden uns in der nächsten Folge einen Borg fangen. Und das wird unglaublichen Spaß machen. Wir werden große Freude daran haben. Ich habe Freude daran, das hier für euch aufzunehmen. Und hoffentlich habt ihr Freude daran, euch dieses Video anzusehen. Wenn ja, lasst es mich auf irgendeine euch erdenkliche Weise wissen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, patzt auf, dass ihr bloß nicht assimiliert werdet, Jungs. Bis dann, euer Nussknecker. Ciao, ciao.